Hier sehen wir es, die Tür geht auf und hier sehen wir sie, Angela Merkel gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer, gefolgt von Olaf Scholz. Und hier hinten sehen wir auch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der jetzt ans Pult getreten ist und seine Lodatio halten wird, zu Ehren Angela Merkels. Wir hören rein. Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, sehr geehrter Herr Professor Sauer, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir alle hier erinnern uns an den Abend des 2. Dezember 2021. Es war dunkel, es war eiskalt und es war der Tag, an dem eine beispiellose Politikerin selbstbestimmt Abschied von der politischen Bühne nahm. Sie, liebe Frau Merkel, betraten das Podest vor dem Bändlerblock im Verteidigungsministerium. Rechts und links neben Ihnen standen an jenem Abend, für die meisten unerwartet, auch zwei große Vasen voller roter Rosen. Das Wachbataillon der Bundeswehr war angetreten, um sie nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin mit dem großen Zapfenstreich zu verabschieden. Man muss sich nur diesen Abschiedstag im Amt ansehen, um vielleicht zu verstehen, warum die Menschen in unserem Land Ihnen über all die Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben. Denn wie selbstverständlich gingen Sie auch an diesem Tag noch Ihrer Arbeit als Regierungschefin. Als der Zapfenstreich begann, waren Sie gerade als geschäftsführende Bundeskanzlerin von einer Konferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gekommen. Unser Land befand sich mitten in der vierten Welle der Pandemie. Undenkbar, dass Angela Merkel nur wegen ihrer Abschiedszeremonie ihre Arbeit nicht erledigt hat. Auch an diesem Tag des Abschieds also konnten die Deutschen zwei Dinge spüren. Zwei Dinge, die für ihre Amtszeit kennzeichnet waren und die über so viele Jahre dafür sorgten, dass die wichtigste politische Währung das Vertrauen Bestand hatte. Erstens, auf ihre Kanzlerin und deren Pflichtbewusstsein konnte man sich verlassen. Und zweitens, die Kanzlerin stellte sich selbst als Person nie in den Mittelpunkt. Jede Eitelkeit, jede Schmeichelei, jedes Getue um sie selbst waren ihr zuwider. Und zurück zu den Rosen, meine Damen und Herren. Ja, wir erinnern uns, diese Rosen hatten mit ihrer Liedauswahl beim Zapfenstreich zu tun, aber vielleicht doch mit noch etwas mehr. Denn dass diese Rosen da standen, irritierte erst einmal die eingefahrenen Sehgewohnheiten und Routinen beim sehr männlichen militärischen Zeremoniell des Zapfenstreichs. Und diese Rosen waren vielleicht ein sichtbares Zeichen, dass hier die erste Kanzlerin verabschiedet wurde. Ein Zeichen übrigens, das zu Beginn ihrer Amtszeit für viele nicht denkbar gewesen wäre. Am Ende der Zeremonie hielten sie, liebe Frau Merkel, eine der Rosen in ihrer Hand. Und das wirkte so selbstverständlich, als sei es beim Zapfenstreich in Deutschland nie anders gewesen. Sie waren eben nicht nur die erste Frau im Kanzleramt. Sie haben mit ihrer Kanzlerinnenschaft dafür gesorgt, dass eine Frau an der Spitze der Regierung, das auch weibliche Macht für immer, eine Selbstverständlichkeit in unserem Land sein würde. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Merkel, die besondere Ausführung des Großkreuzes, die ich Ihnen heute aushändigen darf, ist ein Ausnahmeorden. Er wird so selten verliehen, dass im Ordensstatut zunächst nicht einmal sein konkretes Aussehen beschrieben war. Zuletzt wurde diese Auszeichnung vor 25 Jahren vergeben an Helmut Kohl für seine Verdienste um die Einheit unseres Landes. Ich freue mich, heute nun Angela Merkel auf diese Weise zu ehren. Und zu ehren, werte Frau Bundeskanzlerin, für ihre außergewöhnlich lange Amtszeit, für ihren außergewöhnlichen politischen Lebensweg, auf dem Sie die Erfahrung in der Diktatur so überzeugend einsetzten für die Stärkung der Demokratie. Sie haben unserem Land unter nie dagewesenen Herausforderungen neu zu wirtschaftlichem Erfolg verhalten. Wir blicken zurück auf 16 Jahre mit nahezu ununterbrochenem Wirtschaftswachstum, in denen die Geißel der Arbeitslosigkeit für die meisten Deutschen ihren Schrecken mehr und mehr verlor. Verehrte Frau Merkel, wir wissen, mit unerwarteten Situationen, damit kennen Sie sich aus und vielleicht noch besser als die meisten Weggefährten, die Sie in Ihrer Amtszeit und auch dem Weg dorthin umgeben haben. Für Sie fand der Umbruch im Osten eben nicht nur in Schlagzeilen statt. Sie haben es selbst in Ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit vor zwei Jahren gesagt, während für die meisten Westdeutschen die Wende bedeutete, dass im Wesentlichen alles weiterging wie bisher, veränderte sich für die Ostdeutschen mit einem Schlag fast alles. Die Gesellschaft, die Arbeitswelt, die Politik. Als die Mauer fiel, waren Sie 35 Jahre alt. Von heute aus betrachtet klingt es so einfach, wenn man sagt, Sie hatten sich damals entschlossen, die Freiheit, die Sie so lange entbehrt hatten, zu nutzen. Dabei war es doch vielmehr so, in einer historischen Ausnahmesituation hatten Sie den Mut, ins Ungewissene, ins Offene zu gehen. Sie sind 16 Jahre später als erste Bürgerin aus dem Osten ins Kanzleramt gewählt worden und auch als erste Frau. Und Sie stellten beides nie in den Mittelpunkt, aus Ihrer Sicht, aus guten Gründen. Sie mussten nicht nur zu Beginn Ihrer Amtszeit die bittere Erfahrung machen, wie verkürzend, pauschalisierend, kenntnislos von oben herab, mitunter auf ostdeutsche Biografien und auch auf Frauen in der Politik geschaut wurde. Dieser Erfahrung begegneten Sie in Ihrer Amtszeit, wie ich finde, pragmatisch und klug. Sie machten die Zurückhaltung im Persönlichen zu einer eigenen Stärke. Geht es nicht alles ein bisschen schnell, so fragte sie der Journalist Günter Gauss in seiner Sendung im Jahre 1991. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie gerade kurz davor, Vizevorsitzende der CDU zu werden und damit in die Spitze einer Partei aufzurücken, in die Sie, ganz streng genommen, nicht einmal eingetreten waren. Im Dezember 1989, kurz nach dem Mauerfall, hatten Sie sich dem demokratischen Aufbruch angeschlossen, der dann später in der CDU aufging. Ein Vierteljahr später waren Sie stellvertretende Regierungssprecherin der DDR. Ein Jahr darauf hatten Sie ein Bundestagsmandat für die CDU inne und waren als Familienministerin die erste ostdeutsche Frau in einer Bundesregierung. Für manch einen, der an die bundesrepublikanischen und sehr männlich geprägten Regeln der politischen Karriere gewöhnt war, war das ein bisschen viel. Eine Naturwissenschaftlerin aus dem Osten, eine Frau ohne etablierte Netzwerke, ohne die sogenannte Ochsentour, ohne Hausmacht und dann in einer sehr westdeutsch geprägten Partei und dann auch noch so erfolgreich. In jener Phase mussten Sie sich neben allem anderen auch schnell an den Umstand gewöhnen, dass es kaum ein Rollenvorbild für Sie gab. Sie mussten sich ohne Vorbilder, ohne Seilschaften Ihren Weg durchs parteipolitische Unterholz suchen und bahnen. Und das eben auf Ihre ganz eigene Art. Vielleicht auch deshalb waren Sie für manchen, meist männlichen Widersacher, einfach sehr schwer lesbar. Aber das bereitete Ihnen vermutlich keine schlaflosen Nächte. Sie gingen Ihren Weg. Manche, und nicht nur die von der politischen Konkurrenz, dachten vielleicht anfangs, dass Ihre Zeit im Kanzleramt ein Intermezzo sein würde. Manche gönnten Ihnen die Aufgabe nicht, andere trauten sie Ihnen nicht zu. Aus Unkenntnis, aus Missgunst, aus Oberflächlichkeit. Jedenfalls haben viele Sie unterschätzt. Wer Sie aus der Nähe beobachtete oder mit Ihnen arbeitete, hatte einen ganz und gar gegenteiligen Eindruck. Da führte jemand eine Regierung mit Ehrgeiz, Selbstdisziplin, ja und scheinbar grenzenloser Belastbarkeit. Auch offen für Beratung und vor allen Dingen mit Neugier auf Menschen. Ich will sagen, wer enger mit Ihnen zu tun hatte oder gemeinsam mit Ihnen im Kabinett saß, konnte Sie gar nicht unterschätzen. Das gilt im Übrigen, wenn ich das sagen darf, auch für Wahlkampfzeiten. Mehr als einem Kommentator fehlten in Ihren Wahlkämpfen das Schlachtengeschrei, der schwere Säbel, das Kampfgetümmel in der Arena. Das war auch 2009 so, als wir beide gegeneinander antraten und ich gebe zu, dass auch mir damals tatsächlich die harte Polarisierung schwer fiel. Nicht nur, weil es einiges gab, was uns verbannt, sondern vor allem, weil wir beide schon vier Jahre gemeinsam Regierungsverantwortung getragen hatten. Dazu nach 2008 in einer der schwersten Wirtschaftskrisen, die das Land bis dahin erlebt hatte. Und natürlich prägt das. Diejenigen, Frau Merkel, die Sie unterschätzten, haben sich ins Unrecht gesetzt. Denn sie haben es bis zum Ende ihrer Amtszeit geschafft, Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa zu stärken. Das war noch nie einfach, aber Ausnahmesituationen und Krisen reiten sich in ihrer Amtszeit aneinander, überlagerten sich teilweise. Ich nenne nur Lehman Brothers, Eurokrise, Pandemie und ich könnte weitere nennen. Über den Umgang mit Krisen und den Wegen aus ihnen heraus wurde immer gestritten. Zuweilen auch heftig. Aber ich glaube, nicht viele Länder haben diese Phase so gut überstanden wie die Bundesrepublik. Wie also ist Ihnen, Frau Merkel, das gelungen? Blicke ich auf das Rüstzeug für Ihre Politik, fallen mir drei herausragende Fähigkeiten ins Auge. Erstens, wir beharren auf Fakten und Ihre Bereitschaft, die Fakten zu durchdringen. Zweitens, die Kunst des Verhandelns und Ihre Fähigkeit zum Kompromiss. Und drittens, Ihre Festigkeit, Ihre Unbeirrbarkeit, mit der Sie ganz grundsätzliche Prinzipien unseres Staates hochhielten. Für Sie war es erstens unverzichtbar, zu wissen, was Sache ist. Die Herangehensweise der Wissenschaftlerin und der Kanzlerin Angela Merkel war es, Probleme nüchtern zu analysieren, Argumente auseinanderzunehmen, die Dinge verstehen zu lernen. Und für die Entscheidung auch Möglichkeiten und auch die Grenzen für Kompromisse auszuleuchten. Ich habe einfach eine Modellrechnung gemacht. So begannen Sie, Frau Merkel, als Sie auf einer Pressekonferenz in einer sehr klaren Sprache erklärten, wie sich das Coronavirus exponentiell ausbreitet. Man hätte damals beinahe denken können, einer Virologin zuzuhören, die auf den Punkt kommt und sich nicht in Allgemeinplätzen verlieren will. Der Wissenschaft sind Sie selbstwissenschaftlich geschult, neugierig und vorurteilsfrei begegnet. Vor Entscheidungen versuchten Sie immer, möglichst wenig Unbekannte in Ihrer Gleichung zu haben. Das war aber gerade während der Pandemie kaum oder nicht möglich. Hier mussten Sie Entscheidungen unter Ungewissheitsbedingungen treffen, bei begrenzter Aussagefähigkeit und Vorläufigkeit vorhandener Befunde mussten Sie die Rechnung mit vielen Unbekannten machen und das heißt auch getroffene Entscheidungen im Zweifel bei neuen Erkenntnissen auch wieder korrigieren. Die Fakten klar zu haben, das bedeutet auch, darauf zu reagieren, wenn sich diese ändern. Entscheidungen anzupassen, wenn man merkt, sie sind falsch. Und das muss man können. Und Sie, Frau Merkel, Sie konnten das als Bundeskanzlerin. Ich will hinzufügen, in einer Demokratie ist Selbstkorrektur ein hohes, ich würde sagen unverzichtbares Gut. Eines, das Sie im Übrigen Autokratien nicht kennen und das wir schon deshalb nicht diskreditieren sollten. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Finanzmarktkrise haben Sie die Regulierung der Märkte und die Rolle des Staates, auch des Sozialstaates, neu bewertet. Nach dem Reaktorunglück in Fukushima haben Sie den Ausstieg aus dem Atomausstieg in Ihre eigene und damit Ihre eigene Regierungspolitik revidiert. Selbst die sogenannte Osterruhe in der Pandemie ließen sich nennen, als Sie, wie Sie gesagt haben, einen Irrtum zugaben, sich öffentlich sogar dafür entschuldigten. Vielleicht mögen das manche als Schwäche gesehen haben, aber es ist doch eigentlich genau umgekehrt. Es ist eine Stärke, dass Sie diese Kraft zur Selbstkorrektur vorgelebt haben, dass Sie eine Position oder Entscheidung, die sich im Verlaufe falsch oder überholt oder schwer umsetzbar herausgestellt hat, dass Sie die korrigiert haben. Auch das macht, glaube ich, die Größe Ihrer Kanzlerschaft aus und war auch ein Grund für die Dauer Ihrer Amtszeit. Dem gebührt nicht nur mein persönlicher Respekt, sondern erklärt viel von der Dankbarkeit vieler Menschen, die Sie über die weiten Strecken der Kanzlerschaft begleitet hat. Die Sachlage hat sich auch verändert bei einer der damals und heute größten politischen Herausforderungen, den Beziehungen zu Russland. Es ist das eine, dass Deutschland 2014 einem Hilferuf des damaligen ukrainischen Präsidenten folgte. Tausenden Soldaten in der Ostukraine drohte die Einkesselung bei Debalze, wo vielleicht Schlimmeres. Sie, Frau Merkel, haben sich damals bis zur Erschöpfung bemüht, eine Ausweitung des Krieges zum Flächenbrand in der gesamten Ukraine zu verhindern. Und das war nicht nur die ukrainische Bitte, es war das Gebot der Stunde. Und es bleibt richtig, dass Deutschland damals 2014 auf Wunsch der Ukraine sein Gewicht für ein Waffenstillstandsabkommen und für nachfolgende Verhandlungen zur Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine in die Waagschale gelegt hat. Das andere ist der 24. Februar 2022, Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser Epochenbruch fordert von uns allen neues Nachdenken, er zwingt uns, Positionen zu überprüfen, das scheinbar Undenkbare mitzudenken und vor allem die Demokratie nach außen, nach innen zu stärken. Putins Russland hat die europäische Sicherheitsordnung, den Frieden auf unserem Kontinent, für den Sie, wie viele Ihrer Vorgänger im Kanzleramt, Jahre und Jahrzehnte lang gearbeitet haben, in Schutt und Asche gelegt. Der 24. Februar 2022 hat nicht nur Europa, er hat die Welt verändert und damit auch unseren Blick auf die Jahre deutscher und europäischer Politik zuvor. Wichtig ist, dass wir unsere Lehren daraus ziehen. Heute müssen wir anders denken, anders handeln. Und das tut unser Land seit dem vergangenen Jahr mit großer Entschlossenheit als mittlerweile größter Unterstützer der Ukraine innerhalb der Europäischen Union. Verehrte Frau Merkel, zu Ihrem Rüstzeug gehörte zweitens Ihre Kunst des Verhandelns, Ihre Fähigkeit zum Kompromiss. Sie waren Europa und auch weltweit als Meisterin in diesen Fächern gerühmt. Sie sind regelmäßig gut vorbereitet in Verhandlungen gegangen. Sie kannten die Positionen der anderen, auch deren Schmerzpunkte. Sie hatten gute Nerven, auch dann, wenn viele schon vom Scheitern redeten. Sie konnten zuhören, sie konnten mit Ungeduld umgehen und auch mit dem Vorwurf, sie wurden zögern. Sie konnten es aushalten, sehr lange aushalten, wenn man sie deshalb dafür auch öffentlich mit Kritik bedachte, bisweilen sogar mit Häme. Genauso oft haben wir es aber gesehen, wenn der Moment gekommen war, wenn etwas zu entscheiden war, besonders wenn etwas schnell zu entscheiden war, dann waren sie da. Dann haben sie zum Beispiel die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit ihrem Finanzminister vor laufender Kamera für sicher erklärt. In einer der schwersten Krisen ihrer Amtszeit der Gleichzeitigkeit einer Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise. In dieser Krise war ihre Verhandlungskunst ganz besonders gefragt. Und ich denke, man kann sagen, auch deshalb hat unsere gemeinsame europäische Währung weiter Bestand. Auch deshalb sind wir mit blauem Auge, aber ohne bleibende Schäden durch die Euro-Krise gekommen. Durchaus gegen Widerstand in Teilen der deutschen Öffentlichkeit, im Parlament und selbst in der eigenen Partei. Selbst gegen diesen Widerstand haben sie dazu beigetragen, dass der Euro-Raum weiter besteht, dass kein Land aus unserer gemeinsamen Währung ausscheiden musste. Sie wussten immer, wie wichtig es ist, Gesprächskanäle auch zu schwierigen Partnern offen zu halten, nicht auf den Gesichtsverlust des Gegenübers zu setzen. Um Europa beieinander zu halten, haben sie ganz bewusst auf den Beifall vieler, auch mancher politischer Freunde verzichtet. Und das in einer Zeit, in der unser Kontinent auseinanderzubrechen drohte. Da haben sie Zentrum und Peripherie, den Norden und den Süden Europas, den Osten und den Westen zusammengehalten. Übrigens, das haben sie auch mitten in der Pandemie geschafft, als vielen Ländern der Absturz drohte und die Zustimmung einiger EU-Länder zu einem Corona-Hilfsfonds alles andere als sicher war. Bei Europa, so finde ich, das schwang immer ihre Überzeugung mit, das einige Deutschland in einem geeinten Europa festzuverankern. Es stellt sie ganz erkennbar in die Tradition von Helmut Kohl, auch wenn sie in ihrer Regierungszeit noch einmal ganz andere Herausforderungen, nie zuvor gekannte Krisen der europäischen Einigung meistern muss. Für unsere wichtigsten außereuropäischen Partner und Freunde, die Vereinigten Staaten, waren sie über lange Zeit die entscheidende Ansprechpartnerin in Europa. George W. Bush und Barack Obama haben sie in schwierigen Zeiten gar als Führungsfigur der westlichen Welt des Freien Westens gerühmt. Und auch unter Donald Trump gelang es ihnen wenigstens, im Dialog zu bleiben. Sehr verehrte Frau Merkel, für all das braucht man eine enorme Kondition, ein ungeheures Maß an Selbstdisziplin. Ich darf wohl sagen, dass ich nicht der Einzige bin, der davor großen Respekt hatte. Wenn wir beide nach langen Sitzungen der europäischen Räte weit nach Mitternacht müde und erschöpft noch ein Presse-Hintergrund-Gespräch führten, schien mir meine Sehnsucht nach Schlaf meist ausgeprägter zu sein als Ihre. Ich habe natürlich durchgehalten, man will sich ja keine Blöße geben. Ich hatte erwähnt, liebe Gäste, zum Rüstzeug von Frau Merkel gehört drittens ihre Festigkeit, wenn es galt, grundlegende Werte unseres Staates hochzuhalten. Als wir nach dem Flüchtlingssommer 2015 bemerkten, wie die Skepsis der Menschen wuchs, Mitmenschlichkeit zu bröckeln begann, da stellten sie sich hin und sagten, wir schaffen das. Ihnen wird ja oft nachgesagt, dass sie die Dinge vom Ende her denken. Die Dimensionen der Fluchtbewegung aber, die konnte niemand vorhersehen. Das konnten auch sie nicht vom Ende her denken. Sie haben diesen besonderen Satz natürlich nicht einfach dahingesagt. Ihnen war sehr wohl klar, welche Not die Menschen auf der Balkanroute und im Mittelmeer antreibt. Und Ihnen war genauso klar, welche Herausforderungen auf unsere Kommunen zukommen, um die Geflüchteten unterzubringen und zu integrieren. Dazu führten sie noch Gespräche bis kurz vor ihrer Entscheidung, die Grenzen unseres Landes nicht zu schließen. Und sicher hatten auch Sie die Frage im Kopf, ob und wie lange es unser Land wohl aushalten würde, wenn direkt an unserer Grenze Menschen Zehntausende frieren und hungern. Wenn ich an die Situation damals denke und aufs Heute blicke, dann meine ich, wir können sagen, viel ist geschafft mit enormen Anstrengungen und mit heftigen Kontroversen und niemand unterschätzt sie selbst am wenigsten, was noch zu tun bleibt. Die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger, die 2017 zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag sprach, bezeichnete ihr berühmt gewordenes »Wir schaffen das« als bescheiden anmutendes und dabei heroisches Wahlwort. Stärker kann man die Bedeutung dieser drei Worte, ich glaube, kaum würdigen. Unbeirrbar und fest blieben Sie, Frau Merkel, auch in Ihrem Eintreten für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und für die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen. Natürlich fällt uns allen jenes starke, weltweit beachtete Zeichen ein, welches Sie mit Ihrer Rede 2008 in der Knesset setzten. Sie gaben das Versprechen, dass die Sicherheit Israels für Sie als deutsche Kanzlerin niemals verhandelbar sei. Ich habe ganz besonders großen Respekt dafür, wie Sie auch jenseits des hellen Scheinwerferlicht solcher World News beharrlich dafür gearbeitet haben, dass jüdisches Leben in Deutschland eine feste, zukunftsfähige Grundlage hat. Mit Kindergärten und Schulen, mit einer klaren Rechtslage zur Religionsausübung und ja, mit dem leider immer wieder nötigen Schutz gegen Antisemitismus, Hass und tödliche Gewalt. In diesem Bemühen niemals nachzulassen, es hat uns verbunden und für Ihre Beharrlichkeit, für Ihre Klarheit bin ich Ihnen sehr dankbar und unser Land muss es auch sein. Man kann es kaum klarer formulieren, als es Ronald Lauder, der Präsident des jüdischen Weltkongresses, gesagt hat, bei der Verleihung des Theodor-Herzel-Preises an sie. Lauder nannte sie einen Schutzwall, einen Schutzwall gegen Instabilität, Irrationalität, Extremismus, Hass und Antisemitismus. Werte Frau Merkel, dieses Rüstzeug, Ihr Rüstzeug, das hat sie durch 16 Jahre Kanzlerinnenschaft getragen. Aber für gute Politik braucht man noch etwas zusätzlich, und zwar Zuversicht. Beim großen Zapfenstreich zu Ihrem Abschied nannten sie es die Fröhlichkeit im Herzen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Fröhlichkeit im Herzen immer behalten. Auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, das weiß ich, blicken mit Dankbarkeit auf Ihre Kanzlerschaft. Sie haben als Frau und als Ostdeutsche das Amt noch einmal neu geprägt. Das bleibt und das stiftet andere an, politische Verantwortung nicht zu scheuen. Auch weil Sie dabei einen Stil gepflegt haben, der der Sache immer den Vorzug vor der Selbstdarstellung gegeben hat. 16 Jahre lang haben Sie Deutschland gedient. Mit Ehrgeiz, mit Klugheit, mit Leidenschaft. 16 lange Jahre haben Sie für Freiheit und Demokratie, für unser Land und für das Wohlergehen seiner Menschen gearbeitet. Unermüdlich. Und manchmal bis an die Grenzen Ihrer körperlichen Kraft. Für Ihre herausragenden Verdienste darf ich Ihnen als Bundespräsident nun das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besondere Ausführung verleihen und darf Sie dazu nach vorne bitten. Vielen Dank. Applaus Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, zur Verleihung gehört das Verlesen der Verleihungsurkunde. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen außerordentlichen Verdienste verleihe ich Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Berlin, den 17. April 2023 und es folgt die Unterschrift des Bundespräsidenten. Jetzt können Sie noch mal klatschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, niemand muss erschrecken. Ich habe in meiner Amtszeit gelernt und die Regierungssprecher mussten es oft sagen, wenn wir gefragt wurden, was wir von dieser oder jener Ausführung des Bundespräsidenten halten, hieß es immer, die Worte des Bundespräsidenten stehen für sich. Und so ist es natürlich auch heute. Ich möchte nur Danke sagen dafür, dass ich heute hier sein darf, denn das hat etwas mit Ihrer Entscheidung zu tun. Ich möchte dem Bundeskanzler Olaf Scholz danken, dass er sich Zeit genommen hat. Ich erinnere mich noch vage, dass Zeit ein knappes Gut ist. Und in diesen Zeiten ganz besonders deshalb Dankeschön, weil es vielleicht auch etwas darüber sagt, dass wir immer versucht haben, auch bei Meinungsverschiedenheiten gut zusammenzuarbeiten. Ich durfte heute einige Leute einladen und die stehen natürlich nur pass pro toto für so viele, die mir geholfen haben, das, was ich gearbeitet habe oder was ich erreichen wollte auch zu erreichen und die mich durch die Zeiten getragen haben. Dazu zählen die politischen Weggefährten. Einer ist ein ganz früher Rainer Eppelmann, denn er war mein Vorsitzender im demokratischen Aufbruch. Wir sind durch die große Leidenszeit gegangen, dass unsere politischen Erwartungen bei der ersten Freien Volkskammer, weil sich nicht ganz so erfüllt hatten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb danke, dass du hier bist. Ich möchte Ursula von der Leyen danken, dass sie sich Zeit genommen hat. Bei ihr ist das mit dem Knappengut ungefähr genauso. Ursula von der Leyen und Annette Schawan, zwei Frauen, die mir geholfen haben, das, was als Frau noch nicht vorgeprägt war, in ganz unterschiedlicher Weise zu leben, durch dick und dünn, auch wieder mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften mir zu helfen und zur Seite zu stehen. Danke dafür. Und ich habe, als ich vor der Qual der Wahl stand, aber gerne und aus voller Überzeugung die vier Männer eingeladen, die meine Kanzleramtsminister waren. Thomas de Maizière, der Erste in der Riege, Ronald Pufalla, Peter Altmaier und Helge Braun. Man kann sagen, keiner hat es länger als vier Jahre ausgehalten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein Knüppeljob. Und ich bedanke mich für unglaubliche Loyalität, für unglaublichen Einsatz. Und es war immer gut, dass wir so toll miteinander ausgekommen sind. Ich hätte zwei weitere Personen gerne heute Abend hier begrüßt. Volker Kauder konnte aus zeitlichen Gründen nicht kommen. Er hat mich durch dick und dünn, auch was die Fraktion anbelangt, begleitet. Und Franz Müntefering, dem ich gute Gesundheit wünsche. Denn er war derjenige, der zu mir gesagt hat, als ich drei Tage vor meiner Vereidigung als Bundeskanzlerin 2005 doch etwas zittrige Beine bekam und mulmiges Gefühl im Magen. Das wird schon. Und das hat mir geholfen. Ich habe für die Berater, die mir so viele, so viel zur Seite standen, drei Menschen eingeladen. Von denen eine, Beate Baumann, heute aus gesundheitlichen, aber wirklich nur Viren außerhalb von Corona toben sich im Augenblick in Deutschland aus. Sie kennen das alle. Und ich habe es auch so ein bisschen nicht dabei sein kann aus diesem Grunde. Aber Steffen Seibert und Eva Christiansen sind hier. Drei aus sehr vielen, die geholfen haben, aber diese drei standen in dick und dünn und Nacht und Wochenende und immer so, dass man alles besprechen konnte, alles hin und her abwägen konnte. Und dafür sage ich einfach aus voller Überzeugung Danke. Dann ist einer hier, Jürgen Klinsmann. Der passt nicht so ganz ins Konzept, denn besonders sportlich bin ich nicht. Aber ganz früh, als man von mir glaubte, dass ich mich für Fußball nicht interessiere und von ihm glaubte, dass er zu viel nach Kalifornien reist, sind wir zwei Unkonventionellen zusammengekommen und haben uns eigentlich nie wieder aus den Augen verloren. Er ist für mich der Mann, der zeigt, was man alles bewegen kann. Und das Sommermärchen ohne Jürgen Klinsmann wäre nicht denkbar. Natürlich möchte ich meiner Familie ganz herzlich danken. Schade, dass meine Eltern nicht mehr dabei sein können. Das wäre schön gewesen, aber ich freue mich, dass mein Bruder und meine Schwester heute dabei sind und dass Daniel, Joachim Sauers Sohn, dabei ist. Und dann möchte ich mich bei der Gelegenheit natürlich ganz herzlich bei meinem Mann bedanken. Denn er hatte vieles auszuhalten, vieles durchzustehen. Und glücklicherweise hat er seine eigene Leidenschaft, die Wissenschaft, das hat manchmal geholfen, glaube ich. Und damit ich nicht im eigenen Saft schmore, was vielleicht eine der größten Gefahren ist, wenn man Bundeskanzlerin ist und sich immer nur mit diesem Tunnelblick um die täglichen Ereignisse schert, freue ich mich, dass zwei aus der Wissenschaft, neben meinem Mann natürlich dabei sind, Helmut Schwarz und Robert Schlögel, die mich so manchmal erscheinen lassen, als würde ich noch was verstehen von dem, was sie tun. Aber die Wissenschaft hat mich immer fasziniert und das ist auch so geblieben. Und es sind Menschen da, die mich in ganz andere Sphären entführt haben, was ich immer sehr genossen habe. Also, Horst Bredekamp, Neil McGregor, Ulrich Mattes und Alena Büx, die mir einfach geholfen haben, mal über was anderes nachzudenken, was anderes schön zu finden, mich heute Zeit zu finden, mich mit der Resensanz zu beschäftigen, global zu denken, wie wir es mit dem Humboldt-Forum vorhatten und vielleicht immer noch vorhaben. Und vieles andere, was mich weiter leidenschaftlich interessiert hat, aber für das ich nicht genug Zeit habe. In diesem Sinne stehen die jetzt vorgestellten Personen nicht nur für den heutigen Abend, sondern sie stehen dafür, dass ganz viele Menschen dazugehören, wenn man 16 Jahre Bundeskanzler ist. Bei denen kann ich mich jetzt nur auf diese Weise bedanken und einfach sagen, ich habe viele sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt ja immer, Politik sei ein so schlimmes Ding. Und ich wusste schon, mir passiert, was Ulrich Mattes, habe ich natürlich als Schauspieler vergessen, der mir die Kunst des Sprechens immer ein bisschen beigebracht hat. Aber vielleicht hatte ich ihn sogar schon erwähnt, ja. Aber trotzdem, so, wie auch immer, es wird ja oft gesprochen, was für eine Schlangengrube-Politik ist. Ich darf sagen, ich hätte es nicht überlebt, wenn es nicht auch die andere Seite der Politik gibt. Und deshalb konnte es mir auch immer Freude machen. Dankeschön, Herr Bundespräsident. Dankeschön, Herr Bundespräsident, sagt sie und bedankt sich hier noch einmal bei Frank-Walter Steinmeier. Wird natürlich beklatscht von den Anwesenden im Schloss Bellevue. Vielleicht lassen wir das noch mal ganz kurz auf uns wirken. Angela Merkel hatte in ihrer Dankesrede etwas angeschlagen, etwas verschnupft geklungen, hat sich bedankt für den Verdienstorden. Sie griff einige Gäste besonders heraus. Hier sehen wir noch mal ein Foto, auch gemeinsam mit dem Bundespräsidenten seiner Frau und natürlich ihrem Ehemann Joachim Sauer. Auch ihm dankte sie am Ende ihrer Rede noch mal ganz besonders herzlich. Auch sein Sohn Daniel ist hier mit dabei. Jetzt gibt es hier noch mal den Verdienstorden auch für das Foto. Und Angela Merkel griff einige Gäste besonders heraus, denn sie hat ja 20 dieser Gäste heute Abend eingeladen. Hier sehen wir es noch mal ein sechseckiger Bruststern, rot auf Gold, mit einem Adler in der Mitte, der mit Lorbeerblättern umgrenzt ist. So sieht er also aus, der höchste Verdienstorden, den man in Deutschland bekommen kann. Und sie griff besonders heraus. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, genauso wie Annette Schawan, sagte, die beiden waren gerade als Frauen eben so wichtig an ihrer Seite, genauso wie die vier Kanzleramtsminister. Es ist ein Knüppeljob, sagte Angela Merkel und meinte damit eben die vier Kanzleramtsminister, die die ganze Zeit über bei ihr waren. Hier sehen wir es noch mal der Bundeskanzler auch. Man wird jetzt übergehen zu einem gemeinsamen Abendessen. Das Ganze nicht presseöffentlich. Und deswegen endet hier auch unsere Berichterstattung aus dem Schloss Bellevue. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's mit dabei.